Willkommen zurück zu einer neuen Folge Move or Joghurt mit dem Mann, der den Joghurt immer im Rucksack hat. Er kann ihn gar nicht irgendwo anders lagern, der alte Onkel Greis. Am liebsten mag ich Pfirsiche. Ja, die magst du sehr, sehr gerne, weil sie erinnern so ein bisschen an kleine Hintern, kleine Popos. Oh, ich hab Shifty Ground gewählt. Shifty Ground, wir haben nämlich hier ein Mega-Update. Mega-Super-Update, komm. Mega-Super-Ultra-Update. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er so vom High-Level ist. Krass, es gab jetzt, Mid-Enouncer ist neu und neue Charaktere, neue Levels, neue Spiele. Was geht denn jetzt? Was ist das? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich mutier auf einmal. Todes Touch. Oh, tote Spieler können andere touchen. Boah, wie krass, ich kann dich also touchen und du bist weg. Oh, das ist doch so unfair jetzt schon. Ich kann dich einmal berühren und du bist raus, ne? Ja, anscheinend schon, das ist doch jetzt schon scheiße. Boah, ich werd dich so fertig machen. Das ist doch jetzt schon scheiße. Komm her, Kätzchen. Ich mach den Todes-Touch. Jetzt mit Anzeige in der Mitte. Wie mach ich denn den Todes-Touch? Wo touch ich denn hier jemanden zu Tode? Aber wenn ich tot bin? Ja. Ach so. Boah, das ist ja krass. Ich dachte, ich könnte jetzt sofort jemanden touchen. Oh, Yellowman. Ich hab mich zu sehr auf den Todes-Touch konzentriert. Oh, der Farbrauch. Ah, ich hab ja immer noch den Todes-Touch. Ich verliere den gar nicht. Nein, wir haben jetzt für immer den Todes-Touch. 100% Todes-Touch. Der ist jetzt in der ganzen Runde der Tode-Touch. Moment, du hast auch einen Todes-Touch? Alle. Alle haben einen Todes-Touch? Das ist der Mutator für die gesamte Runde jetzt quasi. Boah, ich kacke hier gerade voll ab, weil... Ja, sicher. Klar, mit einem fauligen Bein oder was? Ja, mit seinem Knochen hier hat er mich abgezogen. Gibt's doch nicht. Weißt du, diese ganzen neuen Veränderungen, die verwirren auch meinen simplen Geist. Meinen simplen, aber dennoch sehr... Oh, oh, oh. Ey, das gibt's doch nicht. Krampe. Oh, oh, Krampe-Diebstahl. Was? Jawohl. Oh, Mann. Yeah. Yeah. Ist doch unfair. Seht euch den Bürgermeister an. Oh, Gott. Ich will wenigstens Nummer zwei werden. Bürgermeister Hut gesichert. Also, wenn ich nicht Nummer zwei bin. Na, Gott sei Dank noch ein bisschen was. Shift the ground. Das habe ich gerade gew... Was ist das? Shift the ground. Wie funktioniert Shift the ground? Was bedeutet das? Was? What? Oh, du darfst nicht auf dem Boden, auf den... Auf den sich färbenden Kacheln sein. Oh! Ich habe gewonnen. Ha? Was? Warum hast du gewonnen? Weil ich der letzte war, der explodiert ist. Oh, es gibt keinen Host-Vorteil mehr. Das finde ich richtig gut. Den gab es nie. Den hast du dir nur eingebildet. Es gab nie diesen... Oh, eine neue Strecke. What the? Habe ich gewonnen? Ich habe null? Habe ich gewonnen? Ich habe... Nein, Toffee hat gewonnen. Was war das denn jetzt? Ey, das ist ja richtig crazy. Oh, Bomben-Tag. Jetzt ist alles noch neu, ne? Das ist jetzt natürlich eine Jungfrauen-Runde. Boah, was läuft hier? Warum ich jetzt? Ja! Warum treffe ich ihn nicht? Wer bist du überhaupt? Wie mache ich hier den... Wie mache ich den Deadly-Touch? Ich will hier mal Deadly-Touchen. Aber ich kann nicht. Ich versuche dich gerade zu touchen. Aber es fühlt sich nicht Deadly an. Ja, weißt du, er hat wieder... Er war ja auch der Einzige, der sich irgendwie über dieses Update informiert hat und war total drin. Oh, ich muss den auswählen, oder was? Oh, Jetpacks? Jetpacks, nimm Jetpacks. Ich nehm Jetpacks. Hold A to fly. Toll, beim Fallen der Blöcken. Alter, wir haben jetzt alle Jetpacks. Was ist das denn? Guck mal, wie ich da hinten eingeengt werde. Jetzt will ich auch mal was gewinnen. Ich komme hier nicht mehr raus. Warum willst du mich jetzt hier Deadly-Touchen? Ey, was soll denn das? Du bist so ein Pisser. Ich kam nicht runter, also musste ich dich nehmen. Ja, komm. Als Geist kann man nicht durch die Schlitzlöcher. Ja, dann geh doch zu ihm hin und... Oder stell dich doch weg. Weißt du, wie wir mich noch seinen besten freuen. So, Jetpack-Rampenhut. Oh, Jethead. Oh, Gott. Yeah, yeah, unaufhaltbar. Ich bin tot? Ich bin tot. Den Boden berühren, Junge. Das gibt es doch nicht. Dieser ganze neue Shit überfordert total mein Gehirn. Oh, ich trage den Hut mit Stil, mein Freund. Heute mal ist... Das gibt es doch nicht. Oh, shifty ground. Daddy hat das Spiel. Shifty... Shifty ground. Warum will der mich pushen? Hallo? Don't push me. Don't push me. I'm very close to the edge. Alter. Jetzt hör doch mal auf. Hör doch mal auf, wie er dieses schieben. Oh. Guck mal, wie er... Ey, das gibt es nicht, wie er mich schiebt. Wie er mich echt schiebt. Hättest du nochmal ein bisschen kollegial gespielt. Hätten wir es beide hinbekommen. Ready? Oh, Mann. Oh, er macht natürlich die Decke da oben. Das ist eine neue Strategie. Oh, man kann von unten natürlich jetzt auch schärben. Junge. Ja, nochmal. Guck, das meine ich. Deine Blockierereien. Haha. Jetzt habe ich wieder null. Also heute blickst du... Gibt es nicht. Das ist mein Freund. Ich kriege ja auch von dir eingeschenkt. Weißt du, ich habe dich noch nie so aggressiv. Dieses neue Update macht dich richtig aggressiv. Kann das sein? Wegen aggressiv. Ich wurde direkt... What the? Oh, das gibt es nicht. Selbst Robbie King holt mich jetzt noch ein. Hahahaha. Ah, toll. Hahahaha. Naja, wäre das jetzt eine explodierende Decke? Und ich verkackst. Dann würden... Dann würden alle anders denken. Der Detach ist weg. Aber irgendwie gibt es alle 10 Runden oder so neue Mutationen. Oh. Nobody. Nobody. Aber er kriegt die 5. Nobody wins. Naja, der andere hat aber auch bekommen. Ich bin so weit vorne. Ich habe keine Ahnung. Weil du ihn gefüttert hast. Du hast ihn gefedert. Leute, ich blick nicht durch. Das ist irgendwie noch zu krass. Das ist irgendwie noch zu krass, was hier läuft. Diese ganzen neuen Erneuerungen. So innovativ alles hier. Doppelsprung. Bombtang. Ready? Bombtang. Ja. Ich muss den... Doppeljump nutzen. Lass mich in Ruhe, Teufel. Geh doch auf die Katze. Teufel ist überall. Oh Gott. Na, komm schon, Teufel. Weißt du, da sieht man wieder. Dein Mann. Dein Mate. Ich habe den doch... Dein Mate. Danke. Von wegen Mate. Der hat mich einfach verrecken lassen. Ich bin so weit unten. Ich bin so weit abgeschlagen. Wenn ich das jetzt noch gewinnen würde, ne? Dann eigentlich der geilste Typ auf Erden. What? Er hat mich reingedrückt. Er hat mich einfach reingedrückt. Warte. Gibt es noch nicht. Er hat eh schon gewonnen. Er hat schon gewonnen. Lässt mich da hinten zurück als kleiner Geist. Oh. Da hat er hier, da hat er abgegriffen. Ich höre immer noch dieses Springen im Hintergrund. Er ist für immer da. Guck das mal. Boah, wie da oben. Was war denn das für eine Aktion eben gerade von dem einen Typ? Was für eine Aktion? He show off his skills. Aber hart. Hä, warum bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Du bewegst, du springst zu viel. Seit wann geht denn das so krass? Ja, das ist Skill. Verstehst du? Das gibt es nicht. Irgendwie wurde dieses Spiel so erneuert, dass du auf einmal gut darin bist. Ja? Das wurde so erneuert, dass du auf einmal gut bist. Machen wir Kreis besser. Das große Machen wir Kreis besser Update. Ja, genau. Jetzt ist der große Hausvorteil weg. Ja, sicher. Und die Katze gewinnt. Ach, komm schon. Da kommt er ganz langsam ins Bild geflogen. Komm schon. Aus einem hohen Turm muss er natürlich... Das war wirklich dieses große Wir-Machen-die-Katze-Besser-Update. Sein Schwachsinn. Ey, warum habt ihr alle meine Sachen weggebeißt? Boah, krass. Ich wieder null? Ich bekomme schon wieder null. Ich bin so weit hinten. Du hart gegen die Katze wetterst. Das ist dein Problem. Gegen die Katze wettern. Du hast psychopathische Schläger. Schläger. Oben ist auch... Fahr. Was zur Hölle? Hör doch mal auf. Hör mal auf, hier rum zu ditchen, mein Freund. Hier, wir können beide auf unserer eigenen Plattform ditchen. Ja, das sehe ich. Oh nein. Weil er mich geschubst hat. Geschubst, geschubst. Er hat Olivenöl genutzt. Geschubst, er hat 52 Punkte. Jetzt gib mir mal hier den netten Boost. Das kann doch nichts werden. Oh nein. Was nehme ich denn? Ghost Slides Off, Alter. Ah, nee, ich nehme den Doppeljump. Wieder den Doppeljump. Ja, der bringt am meisten. Du musst ja was nehmen, was die anderen fertig macht. Ja, ich nehme lieber den Vorteil für mich. Ich muss mich konzentrieren. Hier, dieser blöde Zombie, ne? Der ist so aggro. Komm schon, kleiner Mann. Ja, der gute alte Doppeljump. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie ich in der Luft geditcht bin? Das war ein gutes Ditching. Hard Ditching. Oh, ich bin da oben gegen die Decke geditcht. Ich vollidiot. Oh Mann. Oh, durch die Erde durch, habe ich gesehen. Ganz schön unfair. Was macht der da oben? Warum gewinnt der jetzt? Warum gewinnt der denn jetzt? Ja, weil er sich bewegt hat und dadurch sein Balken ganz voll war. Und wenn der Balken ganz voll ist, dann, wenn die Zeit dann läuft, hast du natürlich die meiste Energie. Ey, das ist doch Bullshit. Das ist eine harte Strategie. Ey. Ja, klar. Ja. Ich komme hier nirgendswohin. Ahaha. Woo. Das meine ich. Du schaufelst dir dein Grab. Grün wird dich abziehen. Wärst du einmal kollegial, würde die Sache halt anders aussehen. Grün wird dich sowas von fertig machen. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Oh, dieser Wichser. Dem fehlten Bein. Ja, und eine Hand. Er ist Veteran. Er ist Veteran. Alle gegen Grün. Alle gegen Grün. Ey, das war früher mal mein Spiel. Ja. Alter. Ja, die gute alte, ich bleib mal oben und regiere von oben Taktik. Shifty Grounds. Shifty Grounds. Guzman, Alter. Warum, warum, Kreis? Warum? Echt jetzt? Warum willst du mich da reindrängen? Ich stand doch nur hier. Nein, nein, nein. Nein. Anstelle zu sagen, hey, jeder nimmt einen Block und wir teilen uns auf. Nein. Guck, das meine ich. Auch der Typ hier wieder. Wie er mich reinschiebt. Wie kann man nur so gestört sein in seinem Inneren? Ja. Alter. Das meine ich. Genau das meine ich. Der Wichser. Oh. Das gibt es nicht. Warum werde ich jetzt geslowed? Ja, weil wenn der Schleim von den anderen, die Gedärme. Wieso? Du trittst ja ins Gedärmen der anderen Jungs. Weißt du? Du musst da aufpassen. Die kleben. Ich muss mich da hochschlafen. Sloppy Joe. What the? Alter, gehst du weg hier? Was denn? Nein. Ich werde dich slowen, mein Freund. Nein. Ja. Was? Was? Gibt es nicht? Das gibt es nicht. Schon wieder grün? Komm schon. Echt jetzt. Oh, spice things up. Der ist dran. Oh, der grün. Grün. Und der nimmt irgendwas, der nimmt irgendwas, was Hurensohn ist. Glaubt mir. Oh nein, der nimmt lights off. Oh shit. Oh nein. What the fuck? Alter. Was ist denn jetzt los? Und neue Map. Alter. Scheiße. Dieses Update. Ich blick gar nichts. Aber an sich ist das Update nicht schlecht, ne? An sich ist es nicht schlecht, aber ich blick so wenig. Ja klar, dass die Katze wieder ihre Instinkte einsetzt. Im Dunkeln. Oh nein. Also alles im Dunkeln ist doch mies. Das ist echt mies. Also das ist richtig Hardcore. Oh. Ich mach einen Center-Schock. What? Oh, die Katze. Jetzt kommt die Katze. Das ist... Wer im Dunkeln gut spielt, der ist bei Tageslicht nur noch viel besser. Ach komm. Bombencatchen. Das ist doch ein Assige. Nein. Töte die Katze. Töte die Katze. No. Das gibt es. Ja. Oh. Da hat er so rüber geworfen noch. Jetzt... Nein, nein, nein. Nein. Ja. Oh. Ja. Zum Ende nochmal. Ja, ja, ja. Glitcht. Mom, ich fand doch was. Mom, ich hol auf. Shifty Ground im Dunkeln. Wollt ihr mich fragen? Oh, das ist mies. Das ist richtig mies. Weil du musst ja wissen, wo... Ja, ja. ...die Dinger sind. Wo was geht. Hau mal ab hier. Hau mal ab hier. Hier, Junge. Dann mach doch nicht so einen Scheiß. Wo denn? Oh, 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 oh. Hör doch auf. Hör doch auf, Mann. Wo denn? Wo denn? Oh, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die Katze hat Vorteile im Dunkeln. Die Katze hat Vorteile. Ich hab einfach Instinkte. Oh, das ist ja auch assi. Hey, der macht wieder seine Regiere-von-Oben-Taktik. Go, go. Nein. Oh, Grün. Wegen dir hat der Grüne gewonnen. Grün hat gewonnen, aber richtig hart gewonnen. Warum pushst du den denn so? Warum pushst du ihn doch? Ich mein, ich sag die ganze Zeit, lass doch mal teamen. Leck mich am Arsch. Lass doch mal... Oh, das sieht man ja gar nicht. Oh mein Gott. Das sieht man ja null. Oh Mann. Ich leg 25 Punkte hinten. 25 Punkte. Oh, jetzt kommt er. Oh. Ich hab die Wahl. Was ist denn der Skin Swapper? Nimm mal Skin Swapper. Nimm mal Skin. Nein, nein, nein. Nimm Skin Swapper. Die Lichterscheiß ist echt heftig gewesen. Oh, oh, oh. Ich merk schon. Wir, wir verändern unser Aussehen permanent. Wer bin ich denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung, aber ich gewinne. Darum geht's ja, oder? Darum geht's ja. Okay, okay, nur noch 20 Punkte. Ich kann ihn noch zerstören. Was, was, was ist das jetzt? Wer bin ich? Ach der. Das ist echt irritierend auf eine gewisse Art, ne? Ja, irgendwie schon. Alter, es wird immer heftiger, dieses Spiel, Mann. Mit mutierten Methoden. Oh, fuck. Oh, shit. Ich fall so krass zurück, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Der Typ, der, der pornt dich. Du wirst noch gepornt. Sieht nicht gut aus für dich. Nein! Ich weiß echt nicht, wer wer ist, auch im Moment. Ich glaub, du lebst noch, oder? Äh, ja. Ich hab grün. Jetzt bin ich tot. Gedudelt. Grün gedudelt? Ja! 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 Ich dachte, du wärst schon tot, ey. Nee, nee, ich hab gedudelt. Hat jemand hart gedudelt. Dick my doodle. Doodly do. Oh, Ronny's a dick dude. Doodle. What? Ah, Dickory, ey. Hast du gesehen, wie der mich gepusht hat? Mein Freund, ey. Das war ja die Schelle meines Lebens. So schnell gibt's hier plötzlich einen Tod? Hartes Pressing, Alter. Der hat richtig hartes Pressing gemacht. Krass. Der Kling. Krass. Kommt der jetzt auch noch mal, oder was? Robbie Boss King. Kommt auch aus dem Ghetto. Fall in die blöcke Klee. Man wird hier schon wieder so hart geschoben. Ja, er hat's Pushing. Also hier, die schenken sich nichts, ne? Jetzt spielt auch nur noch der harte Kern, weißt du? So nach und nach haben sich die Amateur-Spieler rauskristallisiert. Oh, da kommt er wieder, Yellow. Yellow, Mann. Fuck, 20 Punkte. Hutjagd, die muss jetzt sitzen. Hutjagd. Mit welchem? Mit Skin Swapper. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Das schafft keine Vorteile. Oi. Oi. Nein. Nein. Take the hat, my friend. Woo. Pink gönn ich's ja, aber hier gönn ich's eben nicht. Gibt immer noch Haust-Vorteile, glaub ich. Nein. Oh. Oh, was? Pink. Ender hat er nochmal. Heftig. Aber gut, Pink darf gerne. Pink darf gerne. Warum eigentlich immer so oft grün? Oh, der nimmt wieder Light off, oder? Oder? Double Jump nimmt er. Double Jumps. Hätte ich nicht gesagt. Er doubles und jumpt. One Leg Double Jump. Das ist natürlich, äh... Auf... Oh. Mit Licht ist das ja einfach. Oh. Oh. Er hat mich in den Tod gepresst. Du bezahlst den doch. Hast gerade noch im Skype schnell geschrieben. Jetzt pressen, oder was? Pressen. Jetzt pressen. What? Das meine ich. Der Typ hat irgendwie Mind Control. Mind Control hat sich einfach in den... Ich sag euch, der hat Mind Control an. Oh no. Die Decke der Doppeljump. Total unterschätzt. Erst macht er hier die Mind Control. Aber jetzt kommt er und gewinnt. Jetzt wird Mind getrollt. Fizzle Flora. Ready? Fizzle Flora. Fizzle Flora. Klingt wie so eine verpfixete Blume. Warum werde ich hier geschert? Schau dir dieses Sharing an. Sharing. Et Sharing. Ey, guck dir das doch mal an. Ich werde euch auch ein bisschen scheren. Ja. Da gewinnt er. Ja, natürlich. Aus der Schere befreit. Oh, Bomben fangen. Das absolute Host-Vorteil-Game. Ach Quatsch. Du hast eben noch gesagt. Es gibt keinen Host-Vorteil mehr. Das waren deine Worte. Ich habe es anfangs gedacht. Jetzt mach hier nicht einen auf Guzman. Guzman. Du, Alter. Du machst hier einen auf Guzboy. Guck hier. Ich habe ihn getoucht. Nix, Alter. Ja. Oh, Mann. Alter, ey. Oh, nur noch elf Punkte. Da kommt er aus dem Ghetto. Slumdog Millionär. Slum-Cock Millionär. Slumdog. Schönen Indian-Bus-Bang. Ah, ah. Uh. Blululululul. Push it. Uiuiui. Was? Oh, nein. Lass ihn noch nicht gewinnen. Du bist an deinen hässlichen Eingeweiden kleben geblieben. Da lag noch ein halber Hoden. Clean-up crew. Ready? Da merkt man richtig, dass du ihm den Sieg irgendwie mehr gönnst als mir. Du sagst so, ja, dann... Ich, Alter, ich sag hier, Gaylord Fockerboy. Leave me alone, bitch. Ich sag dir, wir werden das demnächst im Ring austragen. Wie echte Männer, nicht beim Putt. Komm. Schon wieder er hier. Ich hab null. Beim Sunday-Maining-Slam, Alter. Es wird erst mal geswindelt. Geswindelt? Oh, yes. Warum immer die beiden? Ja, weil... Oh, Jetpacks? Lights off? Ich glaub, ich nehm die Jetto-Packs, Alter. Die Jetto-Packs. Jetto-Ghetto. Jetto-Ghetto. Ready? Go. Da ist schon einer raus? Grün? Wie kann das sein? Er hat sich nicht genug bewegt. Ey, hätten wir jetzt Bomben decken, ja, dann... Wär das richtig mies. Komm schon. Ey, warum blockt mich Ping? Oh, Alter, wie ich da nochmal nach oben? Döde. Nein. Ja. Ja. Ich musste mich bewegen. Ja. Oh nein, schnell lauf mit Jetpack. Oh, shit. Genau das mein ich. Genau das mein ich. Alter, das ist ja so mies. Oh Mann, ey, der Grüne zieht uns ab. Klar, der braucht nur noch zwei Sieger. War's das? Und... Go. Ey! Ja, die Katze. Nein, der Grüne. Hey. Na, was? Ja! Ha! Äh. Ha! Da holt er nochmal Punkte. Da holt er nochmal was. Da kommt er nochmal, die Headchase. Nicht grün, nicht grün, nicht grün. Ja. Nein. Ja, gelb. Gelb ist der Beste. Gelb ist der Beste. Nein. Ja. 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 Oh, fuck. Alter. Und dabei noch immer darauf achten, dass der Boden nicht gleich irgendwie zu meinem Grab wird, weil ich ihn nicht berühre. Ja. Das ist so das Hauptproblem an der ganzen Jetpack-Geschichte. Ui. Ui. Alter, hör doch auf! Hör du doch auf! Sack! Null Punkte! Witz! Motherfucker! Ey, wer ist denn hier auf Platz 2 auf einmal? Auf einmal. Oh! Wer kommt denn da aus dem Gebüsch? Ach, dieses Kackspiel schon wieder. Er blast! Oh. Guck mal, der eine hält sich immer superän jetzt aus der Kacke raus. Und dadurch hat er verloren. Ja, aber ich habe ihn nicht. Aber das meine ich. Ah, nein! Oh! Aber Pink ist eh keine Gefahr. Pink kann ruhig. Hey, lass mal Pink. Lass den Mann jetzt auch mal hier. Ja. Immer der Typ. Immer der Typ. So. Für dich. Was? Jetzt wird es nochmal spannend machen am Ende. Was? Ja, hier wird gefisselt, Floor. Ich mache es nochmal Fizzly für dich. So, really fizzle, my Dizzle. Oh, ey. Es könnte ja jederzeit da unten kein Butter... Oh, da unten ist schon... Da unten ist schon die Butter weg. Du bist schon tot, ne? Mr. Fizzly. Tot. Oh, oh, oh. Grün wird uns abziehen. Ja, vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht komme ich noch und zeige Ihnen mal einen echten Hasen. Nein! Oh, nein! Heilige Scheiße. Aber der eine ist bei Null. Das ist... Wir haben nochmal... Oh, fuck! Fuck! Oh, nein! Du darfst sie nicht gewinnen lassen, Dude! Du darfst sie nicht gewinnen lassen! Yes! Boah, dieses Dunkle ist echt... Echt mies, ne? Ja, ja. Oh, jetzt wird es echt spannend. Aber der andere ist fast... Fast durch. Oh, Bomben im Dunkeln. Bomben in the dark. No! Ja! Boah, habe ich ein Schwein. Das hätte genauso gut ich sein können, ne? Shit! Shit! Ah, Mann. Ein Punkt. Nein! Nein! Nein, bleib der weg! Egal, egal. Das ist alles noch. Hey, wir stehen gleich. Oh, der Farbrausch. Das ist so klar, dass das jetzt nochmal kommen muss. Man weiß auch nicht, was die anderen haben. Man weiß gar nicht, wie viel gefärbt ist. Ja, doch. Sie ist ja in der Mitte. Ah, doch. Stimmt. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, nein! Der gelbe Bengel! Jetzt wird es spannend. Oh, jetzt wird es ja mega spannend. Oh, nein! Und dann noch noch Shifty Ground im Dunkeln. Es ist so jazzi. Es ist so jazzi. Oh, oh, warte, warte, was? Hier unten geschoben wird. Ja, ja! Fuck! Und er kriegt noch einen Punkt! Nein! Hab ich's? Hab ich's? Oh, einen Punkt! Ich glaub's nicht! Nein, jetzt wird es nochmal spicy gemacht. Oh, nein! Er sucht aus. Er sucht aus. Lights off. Lights off. Lights off, Alter. Lights off. Komm schon, sei keine Pussy. Lass. 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 Da ist schon einer gestorben. Alter, zwischen uns beiden. Wirklich. Nein! Oh Gott, das war so knapp. Unglaublich. Unglaublich. Was? Wir alle sind scheiße, nur die Katze nicht? Also, komm. Uh, Alter. Komm. Unglaublich. Das war ja wirklich, also es war ja... Wahrscheinlich hätte ich 49, du einen 50. Alter Schwede. Boah, ein ganzes Level gemacht, oder? Das wäre ja geil. Nein, ja doch. Ich bin Level 15. Ich bin 12 erst, aber egal. Boah, was gibt's, was gibt's, was gibt's? Heute packe ich mal was aus. Boah, wie krass. Ich habe einen Fisch. Shift the Ground. Habe ich gerade schon mal freigeschaltet. Ich habe viel bekommen. Ja, die Dinger sind ja random. Toll, aber doppelt ist doch gay. Ich habe auch schon dreimal Dinger. Wie findet ihr das neue Update? Ich finde es mega spritzig. Echt geil, oder? Ich finde es echt gut gelungen. Das bringt nochmal richtig Würze hinein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bewertung nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt von Move oder Joghurt. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.